ja herr willkommen mein name ist aniro lp und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 immer noch im fahrhaber dlc was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird weil wir unendlich viele quests haben in der letzten folge haben wir das school hotel hinter uns gelassen wir haben den mordfall aufgeklärt und sind jetzt wieder in der in der stadt dorf hafen was auch immer das quartier hier sage ich mal und ja wir haben noch glaube ich drei vier quests offen und um die kommen und zwar einmal war glaube ich dass wir irgendeine maschine reparieren sollten und ich glaube jemanden anderen noch ausfindig machen und irgendwie jemand hingeschickt und wir sollen den wiederholen falls er noch am leben ist und ja sollte irgendwas reparieren ich weiß nicht mehr wofür weswegen aber wir machen es einfach mal ja mein gott ist etwa sehr lang ich dachte wäre nein ich brauche erstmal mehr ausgebe kraft habe ich eigentlich ich kann nichts mit mir gott döner messer chance auf taumeln bei treffer warum habe ich eigentlich solche sachen noch ich habe die waffen allen zeig mal was du da hast handeln wir in ordnung wird du hast das nicht ja ich kriege das geld sowieso nicht zusammen aber hast du so viel geld nachgleich im jahr als verkaufen wolfsfleisch oder sowas der vollkommen weg wenn ich ja ich habe viel schrott merke ich gerade gibt es ja irgendwo so eine art dingens hier so naht so naht lager kann ich mir auch eine basis irgendwo machen dass die gesundheit besitzt werde ich brauchen ja benutze ich nicht eigentlich keine kann hatten wir ich habe ja eigentlich voll oft benutzt in v3 habe ich nichts was wir sehen verkauft was ich bereue nein gut und langsam auf die 13.000 hier zu begeben wieder für diesen helm ausgeben möchten den ich vielleicht doch vielleicht nicht tragen werde so mission blutige flucht in die mehrere die nebel kriecher ach so als von dieser ein oder her die erhalten genau genau gehen wir uns einfach mal dahin ist lauter vielleicht machen dann machen wir uns auf dahin und tun alles was wir auf dem weg dahin noch treffen kaputt hauen und erkunden spring doch mal alter was das ist ein sehr großes skelett da ist eine hütte gehen wir dahin ich kann mich an der mission einschalten weil sie über irgendwas anderes hier hinkommen kann ja da will ich noch nicht hinsucht nach hauert dann war ich hoffe das werkzeug ach so das ist noch hier ok stadt in dem betreuerbericht was ok ich hab dann auch was als würde ich habe mir mein log ich kann noch mal zurück leute weiter haben muss noch irgendwas abgeben ja wenn wir so noch hat hier noch mal was das neue railroad der betreuer muss einen touristen unterstützen damit dieser wiederum ein unserer sind zu flucht aussehen ach so dat boah da muss ich glaube ich wieder habe ich glaube ich wieder zum kommen wird zurück ich muss mal jetzt nicht machen war er ist das nächste immer da ein ja noch zeit hier so viel zu erkunden dauernd krieg strahlung und irgendein mist ich glaube ich jetzt überhaupt hier freigemacht platz mit ich kann doch mit 15 sachen kann ich noch tragen geil seid ihr die nebel kriecher ok keine ahnung und da liegt jemand glaube ich ja doch dein ding saufen irgendwie leckt das hier wie blöde ich dann an dem nebel oder was ich sehr doof dann so besser hat wo ich wo ist mein kollege ich habe ihn noch gehört ganz auch ruhig mal auf die leute hier ballern so wenn man gibt es ja irgendwas wo ich fleisch jetzt bist du mir da irgendwas wo ich fleisch mal beraten kann nehme ich dann mal eine leuchtpistole und noch mal so ein lichtdingen oder was das wird den nebel irgendwie einsaugen aber gut dann wird das spiel nicht so ruckeln so hier haben wir ein auto kino ring so gehen wir mal ein wie war krieg bahn wird alles bitte ja ja die lc müssen auf jeden fall alle gebiete finden das ist ja nicht so riesig hier coole legendärer der nix aushält stehe immer noch nicht und da hebegewehr ist das immer wenn ich denke ich weiß ja eher so als wir ihn dann erst mal getroffen haben hier hat das hier ist kein spaß hier draußen musst du aufpassen und also dann kommt der typ hier der typ der hier lebt und beschwert sich über den nebel oder nebel im lungenland oh mein gott hey in die bräsche mit uns ok weder rüstung eine aluminiumdose plus drei auf alle werte bin 25 das könnte nützlich sein ich bin im zeugs von mir ja schon ein paar sachen damit dass man meinen ganzen schrott hier nehmen und wiegt denn hier viel vor kriegs welt da soll ich mal alles verkaufen ja dann kriegt bestimmt gold 900 ist okay ich hätte jetzt nicht gedacht so viel habe ich glaube ich gleich noch mal zurück und zu die sachen verkaufen eine bowlingbahn ist das okay die letzte bowlingbahn wo ich war war blöde als habe ich meine dünne lunge die bowlingbahn die wurde von roboter betrieben das ist nicht so gut ausgegangen halt sie müssen bezahlen hey noch mehr sachen jetzt habe ich schon irgendwie so einen ort geben wo ich mich ähm sachen einladen kann oder so hat man einfach weg und dann aha wo wo hallo wer ist das denn vm erfrischung hat vm ok noch ein neues getränk hier zum heilen tp tbr keine chance mit sasperillas ihn fordert new vegas hey hey was auf man noch mal vorkies geld eine versperrte registrierkasse wow das ist auch ein erstes mal cool er macht da irgendwie sind ne da ist was die können so du hey du bist der typ der explosion wunderschön wunderschöne gesangsstimme hast du da ja wie schön ok ich sollte ganz vor kriegs geld sammeln ich habe das gefühl genau das wird dafür sorgen dass ich mir irgendwann den helm leisten kann nur geld wieder reinkriegen ich hasse es irgendwie geld in dem spiel auszugeben ohne es wieder zurück zu bekommen direkt was manchmal nicht so einfach ist und ich bräuchte mal irgendwie so heilig und herz nicht näher zu einer kochstation hallo hey sehr gut manche ein paar sachen da schaue ich nicht noch platz meinen inventar sondern kriege noch erfahrungspunkte schmutziges wasser stück wer nicht ich habe noch nicht so gesehen die animation ist ein neuer kochtopf anscheinend und da ist ein fall stelle du hast die falle gestellt wenn er da gut reingegangen ist so sagen warum gehen die da raus und viel zu groß für die scheibe so keine ahnung sind die auf allen steller dann aber wie man da war noch irgendwo verschlossen nochmal hier regeln und spielplan der liga holi rohlers kingpins war unbeulbar six pack striker das per club verspindt gar wischer der split ist echt shit neander baller ich habe schon film automatisch schon zum fünften mal diesen ja kaputt wer lust hat zu lesen der solle lesen aber ich habe keine lust weiß nicht warum ich die sammeln aber die wiegen nichts also lasst mich so employers only ja du mich auch geschafft ja egal ich muss meinen vts füllen man kriegt man nicht so ein bisschen würde ich mir schon wünschen diese waffe ein bisschen abgeschwicht wird ein ganz kleines bisschen na irgendetwas liegt doch hier was das ding entzündet oder man scheint nicht okay was geht na ich kann ja das ganze zeug nicht mehr mitnehmen guck nach ob sie was interessantes hatte ist kein problem okay okay sehr gut noch mal so ich habe das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich ist wahrscheinlich unwahrscheinlich dass sie hier wackelpuppen sind im addon bin ich wieder hier ja okay irgendwann öffne ich so ein schlitter und da kommt voll ja mein gott da kommt irgendwie weil ich verschreckt moment war schon in der bowlingbahn sind dann wir sehen wir uns auch ein bisschen also ich wollte auch nur holen so super Was war's? Du bist hier. Ah! Oh, das stimmt. Hier geblieben. So. Wo war ich? Ich muss jetzt eine Arcade werfen. Nein! Dann haben wir noch. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Raketenwerfer dabei. Das wäre irgendwie perfekt gewesen. Ich bin viel zu nüchtern. Oh, okay. Ich bin viel zu nüchtern. Ich bin viel zu nüchtern. Ich bin ruhig noch ein paar Erfahrungspunkte lassen können. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich kann mir kein schlimmeres Schicksal vorstellen, als zu einem Gull zu werden. Ein Super Mutanten werden. Ja, geh dir denken. Pff. 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 machst du in der runde die hand mit alle 60 und einen tarnfelder zeugt was bringt dann einer wo man ja schon getroffen egal und sagen das nächste mal erkunden wir die bowlingbahn fertig und dann sehen wir uns in der nächsten folge let's play mein gott vor ort 4 ich bin habe mich alle zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge